Die Banken verlieren Geld wie verrückt und sie werden entweder scheitern oder gerettet werden. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag. Vielen Dank, dass ihr meine Videos anschaut. Mein Name ist Da Vinci Jeremy. Oh Mann. Es ist immer interessant in unserem Finanzsystem. Wir haben GameStop. Sie zeigen uns den Betrug, den es gibt. Und, oh, ja, ihr zeigt uns den Betrug. Also, wisst ihr was? Sie manipulieren den Aktienkurs. Wir werden heute darüber und noch mehr in der heutigen Folge sprechen. Bleibe also dran und passe auf. Sieh dir alles bis zum Ende an. Bitcoin ist genau dort, wo ich euch gesagt habe, dass er sein wird. Und ich werde euch sagen, wohin er von hier aus geht. Stellt also sicher, dass ihr bis zum Ende zuschaut, denn am Ende mache ich die technische Analyse. Und wenn ihr am Traden interessiert seid, könnt ihr zu twobit.davinci15.com gehen. Ihr könnt euch auch anmelden und Teil meiner kostenlosen Gruppe werden. Und WafflesCoin ist auch auf Twobit verfügbar. WafflesCoin ist durch die Decke gegangen. Ich habe es euch gesagt. Also ja, wir haben gesehen, dass Waffles durch die Decke gegangen ist. Und es ist noch früh. Wir bringen dieses Ding zu einer Milliarde Dollar Marktkapitalisierung. Das steht fest. Tretet der Gruppe bei, macht mit und holt euch ein bisschen Waffles. Selbst wenn ihr etwas habt, könnt ihr die Hälfte beim Verdoppeln verkaufen. Es ist immer noch okay, hier einzusteigen, wartet, bis er auf etwa 4 Cent steigt, etwas über 4 Cent und dann, boom, verkauft ihr die Hälfte und dann, lasst ihr den Rest laufen und beobachtet, wie wir zur Milliarde Dollar Marktkapitalisierung und darüber hinaus gelangen. Während wir einen echten Wert für die WafflesCoin bieten, nachdem ich den Milliarde Dollar Markt erreicht habe. Ich denke, wir werden das wahrscheinlich schon bereit haben, wenn wir die Milliarde Dollar Markt erreichen. Denn wir planen bereits damit, sobald wir den 100 Millionen Markt erreichen. Wir fangen bereits an zu planen. Stellt also sicher, dass ihr zu twobit.dawin315.com geht, um WafflesCoins zu erhalten. Und auch WafflesCoin, unsere erste Anwendung hier, ist der WafflesSwap. Schaut es euch an. Ihr könntet Waffles tauschen und Punkte sammeln und auch einige kostenlose Waffles erhalten für das Tauschen hier. Verwenden Sie dies also, um in WafflesCoins zu tauschen. Kommen wir zu den Nachrichten. Wow, Banken verlieren seit 2023 Geld. Und es sind nur unrealisierte Verluste, sagen sie. Nun, okay, das ist wie das Shorten von Bitcoin. Also haben diese Typen alle Bitcoin geschortet, richtig? Und weil sie diese Position noch nicht geschlossen haben, bedeutet das, dass es immer noch in Ordnung ist. Das bedeutet es. Nur weil sie bei 20.000 geschortet haben und jetzt schwer im Minus sind, weil es bei 71.000 liegt, ist das in Ordnung. Es wird immer noch sinken und sie werden in Ordnung sein. Drei Jahre. Oh Mann. Wisst ihr was? Macht euch keine Sorgen um die Banken, auch wenn ihr wisst, dass sie sagen, dass 63 Banken in der Hochrisikokategorie sind. Es gibt einen Rückgang von 21 Prozent. Das spielt keine Rolle. Es spielt einfach keine Rolle. Egal wie viel die Banken verlieren, sie werden gewinnen. Warum? Weil es eine Druckerpresse gibt. Ja, es gibt bestimmte Banken, die schließen werden. Diejenigen, bei denen die Regierung oder ihr Zentralbanker entscheidet, ja, ja, das ist okay. Er bekommt keine Rettung. Aber JP Morgan bekommt eine Rettung. So funktioniert das. So funktioniert die Welt. Einige Leute bekommen eine Rettung, andere nicht. Money 2020. Ein Rennen zwischen Stablecoins und CBDCs. Es gibt kein Rennen. Es gibt wirklich kein Rennen. Warum? Weil Stablecoins gewonnen haben. Es ist dasselbe. Sie folgen allen Regeln, die die Banken wollen, und fertig. Also spielen sie keine Rolle, diese CBDCs. Es ist eine Zeitverschwendung. In der Podiumsdiskussion von Money 2020 diskutierten die drei Experten die Möglichkeit einer Zusammenarbeit und des Wettbewerbs zwischen digitalen Währungen der Zentralbanken und Stablecoins, sowie die praktischen Auswirkungen der weitverbreiteten Akzeptanz digitaler Währungen in der realen Welt. Es tut mir leid. Sie sind zu spät. CBDCs sind zu spät. Sie sind zu spät. Sie sind erledigt. Es ist wie, es ist wie jemand, der mit einem neuen Äther wie Cardano kommt. Es ist zu leid. Es ist zu spät. Sie werden den Markt nicht durchdringen. Okay. E-Trade erwägt Berichten zufolge, Orang Kitty von der Plattform zu werfen wegen Bedenken über die. Mögliche Aktienmanipulation. Offensichtlich kein 1 zu 1 Vergleich. Aber im Kongress gibt es währenddessen eine ganze Reihe von Abgeordneten, die eindeutig die Aktien manipuliert haben. Aber ihre Manipulation ist übrigens legal. Sie können Aktien kaufen, über die sie abstimmen, und es werden Gesetze und rechtliche Präzedenzfälle verabschiedet. In dem Wissen, dass sie dafür stimmen und sie gewinnen werden. Und dann kaufen sie die Aktien und lassen ihre Familien und Freunde die Aktien kaufen. Aber das ist keine Manipulation, das ist nicht illegal. Das sind einfach gute Geschäftspraktiken. Aber wenn ihr das tun würdet, würdet ihr dafür ins Gefängnis gehen. Wenn ihr das im öffentlichen Sektor tun würdet, was diese Typen tun, würde das Gefängnisstrafen zur Folge haben. Eine knallharte Gefängnisstrafe. Aber sie bekommen das nicht. Sie bekommen das nicht, weil sie Politiker sind. Unser ganzes System ist manipuliert. Wenn ihr das nicht wisst, jetzt wisst ihr es. Aber das ist nicht das Ende der Welt. Sie können immer noch in Krypto einsteigen, wo es viel Raum gibt. Raum für Wohlstandswachstum. Und ihr könnt all diese Verbrechen und Situationen mit dem offensichtlichen System ignorieren, das kein faires und ehrliches System für die Individuen darstellt. Okay. Die wachsende Popularität von Meme-Coins unter institutionellen und privaten Investoren. Nein. Wirklich? Wow. Sie aggressiv. Ihre Meme-Coins, als die Marktstimmung kippte. Nein, Jesus. Ich weiß nicht, ob jemand in der Kryptowelt diesen Bericht wirklich braucht, um zu wissen, dass Meme-Coins hier sind und bleiben werden. Es war schon im Februar überdeutlich. Aber plötzlich sind Coins, die keinen Sinn machen wie Dog with Hat, die buchstäblich ein Hund mit Hut sind. Ein Hund mit Hat. Das ist es. Ist ein Multimilliarden-Dollar vermögenswert, der so viel Aufmerksamkeit erhalten hat, dass sogar der Wall Street Bull in New York einen Hut auf hat wegen des Hundes mit Hut. Nun deshalb haben wir Waffles Meme-Coins. Es ist klar, dass dies ein Meme-Coin ist. Und wisst ihr, Meme-Coins müssen in etwas Solides übersetzt werden, glaube ich. Ich meine, sie müssen nicht. Richtig? Aber deshalb unterstütze ich Shiba so sehr. Ich denke, obwohl Dogecoin nichts Bedeutendes werden kann, weil es seine eigene Kette ist, hat Shiba Shibarium. Und ich denke, wir werden Shiba in Zukunft extrem gut abschneiden sehen. Also stellt sicher, dass ihr etwas Shiba für zukünftige Gewinne haltet. Jetzt werden wir sehen, dass es bis in den Bereich von etwa 6000 geht. Aber das war es dann auch, Kumpel. Ehrlich gesagt, es tut mir leid. Es ist nur eine Verdoppelung. Ich weiß, es nervt. Aber Shiba hat zu viel Volumen, zu viel Geschichte. Und deshalb kann es noch keine großen Dinge tun. Kann es in der Zukunft? Aber jetzt noch nicht. Sorry. Wir haben andere Meme-Coins, die die Leute minen. Und sorry, aber das Geld fließt dorthin. Nun weiter zu Bitcoin. Ihr seht, dass Bitcoin genau dort ist, wo wir gesagt haben, dass er sein würde. Ich meine, ich habe euch das nach diesem Ausbruch hier gesagt. Als wir davon abgeprallt sind, war klar, dass wir in den Bereich von 71.000 bis 72.000 gehen würden und wahrscheinlich die 72.000 erreichen würden. Nun, wir müssen warten, bis es darüber hinaus geht. Leider. Ja, das ist ziemlich hoch. Ich weiß. Aber es ist, wie es ist. Das Niveau von 72.742 Dollar ist das, was wir durchbrechen müssen. Also sind wir im Bereich von 72.000. Wenn wir die 72.000 erreichen, müssen wir sehen, ob Bitcoin weiter steigt. Möchtet ihr darauf wetten? Wahrscheinlich etwas spät dafür, darauf zu wetten. Wir müssen abwarten und sehen, ob Bitcoin zurückkommt und die Tiefststände erneut testet, bevor wir höher gehen. Die Chancen stehen gut, dass es wahrscheinlich so wird. Aber wisst ihr, dies ist ein neues Paradigma. Mit allen, die in Meme-Coins Geld verdienen und institutionellen Spielern, die nur mit Bitcoin und Ethereum spielen können. In Ordnung. Damit kommen wir zu Ethereum. Was zur Hölle? Was? Warum? Ethereum? Warum bist du gestorben? Was ist mit dir passiert? Ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum Ethereum nicht höher steigt. Aber alles, was ich tun kann, ist zu akzeptieren, was Ethereum tut, und dann neu zu zeichnen, was hier passiert. Also, während ich sagte, dass dies eine Unterstützungs- und Widerstandslinie ist, müssen wir sagen, nein. Dies ist der Widerstand und die neue Unterstützung hier unten. Und jetzt bewegen wir uns in einer anderen Spanne. Und das klare Problem ist, ob wir tiefer oder höher ausbrechen. Und das war's. Und so hat es sich derzeit nicht entschieden, aber wir sind nahe an den Höchstständen. Das ist ein gutes Zeichen, dass wir höher brechen könnten. Sobald wir höher brechen, denke ich, können wir sagen, dass dieses Ziel hier oben durchbrochen wird. Und so würde ich sagen, dass das Ziel ungefähr Bederi 4.150. Dollarmarke liegt, auf die es abzielt, wenn wir ausbrechen. Es ist ein schöner, klarer Trade hier. Also lasst uns einfach diesen Trade machen und sehen, was passiert. Wir können sagen, vielleicht wollen wir hier auf den Ausbruch ein Risiko-Gewinnverhältnis von 2 zu 1 eingehen. 3 zu 1 Risiko-Gewinnverhältnis. Und das ist ein lohnender Trade, um zu sehen, ob wir richtig liegen. Und warten wir einfach ab, was passiert. Ihr könnt auch hier direkt in den Trade einsteigen oder auf den Ausbruch warten. Es liegt an euch. Denn wisst ihr, Stop-Losses sind innerhalb der Spanne. Es ist also immer möglich, dass wir nicht zur Unterseite der Spanne gehen. Okay. Nun, Solana steigt und das bringt auch viele Meme-Coins nach oben. Also, ja, es ist ein guter Tag für Meme-Coins. Und wisst ihr, Solana wird auf 1000 Dollar steigen. Also, wenn ihr in irgendeinem Meme-Coin auf Solana seid, ist es eine kluge Sache, die Hälfte zu verkaufen in Solana zu lassen, zu warten, bis es auf 1000 geht und dann in Bitcoin zu investieren und es für euren zukünftigen Wohlstand zu sparen. Ihr habt jetzt euren Plan, um ihn auszuführen. In Ordnung. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich werde jetzt die Frage- und Antwortrunde machen. Das war's für heute. Tschüss. Tschüss.